Aus dem allerbesten Produktionsgebiet für Rosé stammt dieser rosa-rote Tropfen. Das Weinbaugebiet Tavelle hat einen ausgezeichneten Ruf und der Weinbetrieb Le Malavant ebenso. Kein Wunder, dass dieser französische Rosé auf dem Concours de Vingt d'Avignon mit Gold ausgezeichnet wurde. Dieser Duft von frischen Himbeeren, Melone und der Hauch von Krebsfrut ist aber auch umwerfend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017